Okay, drei oder vier Mal hintereinander diese Map. Ich kann sie nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Ich kann sie ernsthaft mittlerweile nicht mehr sehen. Hinter dir. Drei oder vier Mal, jetzt habe ich diese Map hintereinander. Ich kann sie nicht mehr sehen. So, eine unangenehme Map zu spielen, auch so langweilig. Ach ja, und wenn dein Schild weg ist, haust du natürlich ab, mein Freund. Ja, alles gut, kleine KI. Ja, er haut schon wieder ab. Ja, Stormgewehr, einfach Spray and Pray, ne? Mhm. Na, schade. Ja, Stormgewehr ist mittlerweile... Also, Stormgewehr ist auf diesen kleinen Maps einfach zu stark. Wow. Wow. Boah, was war das für eine fiese Lache mit diesem... Hahaha, nett. Die KI sind crazy. Ich wollte gerade sagen... Also... Oh, der hat doch eben zu Ende kein Schild mehr. Aber trotzdem hat er das noch überlebt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich irgendwas anderes spielen sollte, außer die OP-Waffen, wenn man Spaß haben will. Das ist so verscheuert. Das ist so verscheuert. Warum versuche ich heutzutage eigentlich noch in einem Spiel Spaß zu... Das hat er auch überlebt. Ich versuche in einem Spiel Spaß zu haben und alle einfach nur noch so... Oh ja, hier, stärker Waffen. Oder was? Was ist auch in COD und Co so? Also, das ist überall so. Heutzutage ist Spaß am Spiel nicht mehr existent. Äh... Gibt's hier Waffen? Gib mir das Teil. Das ist es mir wert. Buddy, das war es mir total wert. Die Katastrophäne Monet sich damit anzusehen. Die Katastrophäne ist festig. Das Gegnerliche Team, Punkte. Okay, kurz das Schild abwarten. Ganz schnell. Oh, da kamen schon die Granaten. Danke. Ja, das war klar. Ich habe keinen der Beinschlüsse getroffen. Ach, als ob die mich durch eine Wand trifft. Was? okay ganz ruhig ganz ruhig ich war ja nur auf jeden fall bei zwei der schützen drauf und habe keine gar nicht getroffen oder es kommt mir nur so vor ich mag hello games aber ich habe das gefühl dass dass der hello ganz wenig mögen ja und da wollte ich den raketenwerfer aufsammeln unterliegen da 30.000 waffen auf einem auf dem haufen